Was können die Kinder so daher sagen? Die kleine Laura möchte zum Spielplatz rausgehen und fragt dem Papa, du hattest noch ringen? Der Papa geht von den Haustüren und schaut nach, ob sie noch ringt. Da lacht die Laura und sagt zur Mama, in seiner Papa ist ein Regenschauer. Beim Einkaufen sind wir an der Kasse angestanden und von innen war eine Frau mit feierröten Haar. Da sagt die Laura ganz laut, ist das die Mama vom Bumuckl? Oma, den Kass mit den Löchern brauchst du nicht mehr kaufen. Die Löcher schmecken eigentlich noch gar nichts. Auf Nacht beim Zähnputzen sagt meine Enkelin zu mir, du bist eigentlich noch gar keine richtige Oma, weil du deine Zähne nicht außertun kannst. Oma, die Mama kommt gleich. Sie muss gerade noch meine kleine Schwester einschläfern. Oma, du bist schon ganz alt. Wenn du noch ein Kind warst, haben da auch noch dieses Dinosaurier gelebt.